aber die haben schlüsse gekriegt, ne? Geht ihr wieder? Leuchtfeuer rasten, da unten ist das Leuchtfeuer JEEHAA Ich brauche wahrscheinlich nicht am Leuchtfeuer rasten, aber ich raste einfach mal am Leuchtfeuer Wobei doch nicht, ich mach was tun Ich sehe schon, dass ich euch demnächst wrecken muss, aber ich, ähm, nö, mach ich einfach nicht Vielleicht hätte man auch da lang gehen sollen zuerst Ne, das hätte ja mit dem Schild keinen Sinn gemacht, ne Ja, du bist natürlich wie am... Ich war zuerst da, du Wichser Kann man wohl nicht angehen hier Untoten Asyl Ost Das klingt auch mal so geil Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten Ey, hörst du mal auf zu saufen hier? Tritt, Sprung am Riff Okay Also ich sehe, den Tritt sehe ich da nicht, aber meinetwegen Rasten belebt die Gegner wieder Ja... Oh, Tatsache, ja Tatsache, Larry war doch eben noch wieder am Leben Ey, was soll das denn? Ich würde sowas an mir kleben Ich würde sowas an mir kleben Oh, da stand was Das hatte ich gelesen, ne? Ich glaube ja Ja, geil Hüpf 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 Ach, damit kann ich parieren und damit kann ich kontern Okay Erst mal ich ein Schild holen Ja gut, man sollte sich auch zu ihm drehen Hier war das mit Zielerfassung Genau Was geht ab? Easy Einfach mal weggelötet Was geht's hier lang? Schreit zu, ne? Verschlafen Muss ich wieder durch den Nebel schreiten Wow Wollen mich heilen, ne? Wow Ja, was guckst du so doof? Willst du mich verarschen? Geil Ja, damit kann man doch überhaupt nicht rechnen Oh, er springt hoch Hm, was kommt denn jetzt? Easy Erstmal die Geil Ne Oh, oh Oh, ich hab meine Seelen gar nicht Ehh 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 Ist er zufällig weg, wenn ich komm? Ey, willst du mich verarschen? Muss ich da jetzt echt wieder hoch dackeln? Dann gehen wir hier Speater Und er ist wieder da Das Maul So, nicht mal So, jetzt war klar Den drin 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 Oh, ich bin Out of Out of Powers Ja, kannst du das schild nicht immer wieder ums schneller? Na, haben wir's jetzt So So Oh Oh, das ist gut Geil, gib wieder her, gib wieder her Joa, wollen wir uns mal die Zielerfassung anmachen oder wollen wir das schön da runterracken, ne? Ja Hahaha Geil Scheiße Oh, wie schlecht Ja, komm, wir springen runter, wir töten ihn Ja, geil Wir springen runter Oh, scheiße, daneben Gestolpert Und Oh 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 Also noch ist es lustig, aber ich glaube, das wird nachher noch richtig frustrierend werden Ach, gibt ja immer mehr Seelen, ne? Oder verliere ich welche? Wäre wohl so unfair, wenn ich jetzt auch noch was verlieren würde, doch Oh, daneben Kannst du mal treffen? Kannst du dir erstmal aus der Linse gehen? Ey, ich bin doch ein Untoter Ist doch richtig, ne? Wieso Werden die denn nicht von den Gegnern fallen getötet? Irgendwie so Komm, gönn dir Das fühlt mich ja nicht immer voll auf, wie ich das dafür verarsche So, warte mal Ich bin eigentlich auch Was das angeht Ein ziemlich Exorbitant guter Ich glaube, ich geh auf die Fresse, ne? Controller, Dude Während des Fallens Ist RB, ist das jetzt hinten oder ist das vorne? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Auf jeden Fall, wenn wir versuchen jetzt einfach mal nicht zu sterben Gut Das sah ja schon mal gar nicht so verkehrt aus Weg, 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 weg Lauf Run, bitch, run So Ey, was hast du eigentlich für eine Range hier? Kann doch mal nicht angehen hier Das wäre vielleicht nicht der beste Ort, um sich mal eben ein Schlückchen zu gönnen Und He's get wrecked Alter, wir sind der King Wir haben ihn getötet Schlüssel des großen Belgas Menschlichkeit Ey, mir gefällt dieses Geräusch einfach nicht Ist ja eigentlich alles kaputt gemacht Kann ich das einstürzen? Gut Findet man hier nicht irgendwas? Ja, tut mir leid, ich muss die jetzt alle kaputt machen Das ist einfach so Das nützt einfach nichts Hey, da muss doch auch irgendwas drin sein Ist ja so richtig verlockend, eigentlich So wie bei Zelda Sondern, dass dann einfach irgendwie ein paar Herzen drin sind Ein Bogen Oder ein Geist in der Flasche So, die sind wieder gespawnt Vielleicht gibt's da ein Archive Archivement 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 Weiß mal noch Ne, weil Metall auf Stein ist scharf Ist klar Logisch Völlig einleuchtend Wenn ich jetzt Äh, ich glaube ich probier's lieber nicht aus Ach komm, was soll's ey Scheiß drauf Wenn ich mich im Leuchtfall wieder regeneriere Spawnt er dann auch wieder? Mich würde es nicht wundern Eigentlich so Glück gehabt So Muss man eigentlich speichern? Oder speichern automatisch Wahrscheinlich automatisch, ne? Hätte ich mal so spontan gesagt Ja, ich will das jetzt nicht mehr, ist gut doch Mal auf die Scheiße Was für ein Tier, was für ein Tier Ui Ich bin ja mal über die Nachrichten sind Gut gemacht, weiter geradeaus Dankeschön Dankeschön Ach, ist das nicht nett Oha Oh, ähm Alter, wo's der Mount Everest Schwill zu ihm, schwill zu ihm Was ist denn sonst? Machen wir einfach mal Okay, die schwebt einfach mal in der Luft Von mir aus Versuch's mit rechts Bewertung 0 Warte mal Ich hatte mal irgendwo ein Spiel gesehen Da konnte man Da wurden von Von Mitspielern Also Online-Mitspielern Wurden Nachrichten hinterlassen Oder konnte man Nachrichten hinterlassen War das dieses Spiel? Wie gesagt, ich hab's nie selbst gespielt Versuch's mit rechts Nö Pfff, nixer Nö Nein, ich vergiss es Hier, komm Glut sei die Sonne Welche Sonne? Alter, wir sind hier in Dark Souls Und nicht in Sun Souls Der war gut, ne? Tolle Aussicht Okay Würde ich mal doch stark behaupten Dass es dann doch wohl diese Spiel Ja, hallo? Oh Jetzt breitet er seine Flügel aus Und fliegt hinfort Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Oh Oh Ein kleines Krähchen Krähamsel Wenn es so Begreifen Ja Boah, scheiße, ich bin doch wieder Wo sieht das Maus im Weg Auf in das Land der alten Fürsten Wo sind wir noch im Weg? Lordren Woaaah Okay Okay, okay, okay Wieso habe ich eigentlich nur 30 Frames? Ich habe doch auf 60 eingestellt Eigentlich Das macht mich ein bisschen Giere Geil, Leuchtfeuer Fache das Wo? Da? Irgendwo? Ja, es... Kannst das denn nochmal verschwinden, yeah? Geil, danke Oh! Es geht Hi, alles klar bei dir? Na? Probiert ihr so? Ja, 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 ja Nö Leuchtfeuer Kann man sich darauf verbrennen Gut Das sollte erstmal für den ersten Part gewesen sein Hallo? Wer ist das? Bin ich das? Okay, von mir aus Und... Ja... Auf den nächsten Part Wann der kommt weiß ich nicht genau Muss ich mal gucken Aber... Ja... Hauen sie rein, Leute! Ja... 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 Ja...